Guten Morgen, hier ist der fröhliche Becker und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und warum wünsche ich dich den schönen Tag? Weil ich dich mag. Mama, kennst du auch? Nimmst du durch die Stadt guckst einen und der sagt, der verpässt dich, hau ab, das hau ich aber in die Frasse und so weiter. Diese Töne werden heute immer mehr. Da kann ich nur sagen, in der heutigen Gesellschaft vergisst der Mensch das Wichtigste, die Menschlichkeit. Ja, du und ich, zwischen uns ist die Menschlichkeit, deswegen schüttelst du auch den Gruß und musst dir sagen, ich wünsche dir was.